Ja, ich meine, das finde ich nicht in Ordnung, dass der Stau so lange dauert oder beziehungsweise, dass der Brückebau so lange dauert. In Amerika oder in anderen Ländern ist es innerhalb von vier, fünf Monaten erledigt, aber doch nicht im Prinzip so, wie es jetzt hier in Deutschland ist. Da kann man halt nichts ändern.